. Ich bin auf den Juru gekommen, weil ich die Emojis sehr, sehr gerne mag und sie jeden Tag eigentlich mit meinen Freunden teile oder ich sie an meinen Freunden verschicke. Ich denke nicht vorher darüber nach. Ich glaube, in dem Moment ist es einfach sehr, sehr emotional, wenn man ein Tor schießt und von daher kommt das alles sehr, sehr spontan. Hallo Fortnite-Fans, ich freue mich, meinen neuen Fortnite-Skin vorstellen zu können. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und wünsche euch dabei viel Spaß. Ich bin mit Fortnite-Fans, ich bin mit Fortnite-Fans und ich habe einige spannende Dinge zu erzählen. There are many ways to show pride in your team and your country. You can wear a shirt or a scarf. You can yell and cheer in support. All you need to do is choose wisely before you go into battle. Kissing the ring for me is just a way of showing appreciation to my wife and my children. In a way, it's just a way of giving back to my family. Join me and become me. Kissing the ring for me is just a way of giving back to my family.